Hallo und herzlich willkommen! Ich möchte natürlich sehen, was hier los ist. Also wenn jemand da erstmal gleich schreibt... Wir werden heute mal ein bisschen... Nein, ich werde herstellen. So. Ich habe ja schon geschrieben... Was habe ich reingeschrieben? Talkrunde. Das werden wir heute auch ein bisschen machen, aber das werden wir heute mal ein bisschen in Minecraft tun. Ich öffne mittlerweile mal Minecraft. Und wir werden uns dann mal in Ruhe darum kümmern, dass wir mal die Welt ein bisschen weiter bauen. Gucken wir mal, was wir heute so schönes machen in der Welt. Wie gesagt, ich öffne das erste Mal Minecraft und dann werde ich dann auch langsam mal den Twitch-Stream umstellen auf Minecraft. So. Ich werde jetzt noch schnell in die Welt reinspringen. Ich bin nicht in der Welt rein. Moment. Dauert einen kleinen Moment. Bin gleich da. Bin gleich für euch da. So. Toren habt ihr wahrscheinlich gerade schon gehört. Und ich switche oben auf Minecraft. So. Ja, heute werden wir mal so ein bisschen rumquasseln. Ich habe hier heute der Hunter hochgeladen. Ähm. Die letzte Folge übrigens von der Hunter. Und wir werden mal gucken, was ich als nächstes Let's playe. Ich hatte, glaube ich, den Euro Truck Simulator heute gespielt, aber da ist mir leider die Aufnahme gecrashed. Das heißt, ich werde nochmal von vorne anfangen. Ist aber nicht weiter tragisch. Von daher, ähm, nehmt's mir nicht übel. Ich wollte heute eigentlich hier bei Minecraft mal hier unten die, ähm, den Bahnhof weiterbauen. Das ist ein Creeper. Das ist ein Creeper. Beziehungsweise... Den lassen wir draußen. Beziehungsweise hatte ich ja gesagt, ich wollte ja... Letzte Woche, ähm, hier hinten... Jetzt muss ich mal raus. Auf Legion. Ne, halt. Äh, Tobi. Wo hab ich denn das gebaut? Doch, hier hinten. Da hinten, genau. Ich wollte ja, ähm... Diese wunderschöne, äh, äh, ähm... Diese wunderschöne, ähm... Zack schon. Genau, Tobi. Ähm... Ich wollte doch... Folgendes bauen. Ich wollte doch hier tun, bauen, ähm, einen Hafen. Genau. So, dafür machen wir jetzt erst einmal die ganzen Bäume weg. So. Die können wir so wegmachen. Hier läuft eine Kuh rum. Ah, nicht mehr. Ähm... Wenn ihr wisst, was ihr noch gebaut haben wollt, dann schreibt es mir mal bitte in den Chat. Falls ihr bei... Mr. AltR99 zuschaut, bitte mal auf meinen Stream schalten. Ne, und dann bei mir mal bitte in den Chat schreiben. Sonst sehe ich das nämlich nicht... Ja, ne... Sein Chat ist nicht offen. Und... Da wollen wir mal gucken, dass wir das alles mal so ein bisschen hinkriegen. Ideenverschläge gerne in den Chat. Und... Beziehungsweise nachher später auf YouTube... Also morgen glaube ich... Ja, morgen... Die Mike stirft. Ähm... Morgen dann... Und dann natürlich auf YouTube zu sehen. Dann könnt ihr natürlich auch... Ähm... Mitteilen... Was ist denn das jetzt? Achso, ich hab die wieder Post gekriegt. Bäh... Sehr unpraktisch. Wenn man hier Post bekommt. Eine neue Nähe. Eine neue Nähe. So, ich werde jetzt hier erst einmal natürlich... Als erstes mal... Platt machen. Habe ich nicht bei mir stehen lassen, wenn ich die noch was sehen. Okay. So, sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, ne? Ähm... Ja, warum spiele ich der Hunter nicht weiter? Habe ich glaube ich bei der Hunter schon... Ähm... Gut erklärt. Also wenn ihr es... Ähm... Genau wissen wollt. Das Spiel macht mir keinen Spaß. Und... Ich werde auch nur das let's playen, was mir Spaß macht. Und von daher habe ich gesagt... Ähm... Der Hunter wird nicht weitergeführt. Bringt mir auch nichts, wenn ich euch jetzt hier... Ähm... Ein Spiel spiele, wo ich keinen Spaß dran habe. Und... Im Endeffekt merkt man das dann auch irgendwann. Das ist... De facto. Minecraft ist wieder so ein... Spiel, da kann man immer mal so ein bisschen ab... Naja, so ein bisschen... Das bauen, was man möchte. Ist wieder so eine Kuh. Und von daher möchte ich dann doch mal... Und... Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Musik an. Moment, wir ändern das mal. Ich schmeiße mal ganz kurz Minecraft unten in die Ecke. Und ich würde sagen... Ah, jetzt bin ich wieder rein in den Ort gegangen. Brauche ich da gar nicht. Wollen wir so machen. Und... So. Ich weiß, die Musik ist jetzt gerade etwas lauter. Deswegen mache ich sie mal ein bisschen leiser. So. Ich denke mal, das sollte genügen. So. Dann kann man auch in Ruhe weiterbauen. Und dann haben wir auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich muss mal so eine direkte Minecraft, ähm, Let's Playlist, äh, so eine direkte Liste machen. So. 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 Auf alle Fälle... Möchte ich heute mal gucken... Ähm... Dass wir das ja heute ein bisschen hinkriegen. Wie gesagt, ich will heute mal versuchen, hier noch so einen kleinen Halfway zu bauen. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Den Halfway habe ich noch nicht gebaut. Aber das kriegt man jetzt damit auch noch hin. Ja. So. 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 euer an bei so hier die 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 Kommentare gepostet. Wie gesagt, falls ihr bei MrAltR99 gerade zufälligerweise auf dem Kanal seid und gerade zuschaut, wechselt mal bitte den Kanal auf twitch.com.mrtklog, dann habt ihr mich nämlich drin, ich hab hier glaube ich, nein, hab ich nicht, ich hab ja gerade kein soziales, ich würde es nämlich mal noch machen, dass man das auch sieht. Da ich weiß, dass er nämlich das gerne von mir nämlich, weiß ich, auf seinem Twitch-Account streamen lässt, danke dafür nochmal, und, ähm, Ihr seht ja, ich bin jetzt erst einmal schön dabei zu bauen, dass wir hier auch die Welt so uns erschaffen können, wie sie brauchen. Ich könnte drinnen jetzt mal so ein bisschen, dass wir uns jetzt, dass ich mich jetzt hier nicht so dolle verbaue. Ja. 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 Also. Das ist es. Das ist nicht ganz so einfach, das so ein bisschen so inzubauen, wie ich das gerne möchte. Jetzt bin ich natürlich immer noch beim Erlegen. Okay, ich werde Masse einmal brauchen. Schade, Finder. 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 So... So... Ihr seht es geht ganz flink Und dann müssen wir natürlich noch so ein paar Schiffchen bauen Dann werden wir mal gucken, wie wir das am schlimmsten machen So, wer hat sich wundern, warum ich im Kreativ-Modus bin Es baut sich halt schneller und es ist halt bloß für die Twitch-Welt Es ist halt unsere Twitch-Welt Also nicht wundern, dass das hier so relativ flink gebaut wird Ich hatte ja eigentlich auch mal vorgehabt, die Welt mal auf den Server zu ziehen Leider funktioniert das mit meinem Server hier nicht Den ich auf dem Rechner habe Da möchten die mich nicht Ich weiß nicht, warum der nicht möchte, dieser Computer Wahrscheinlich habe ich bloß eine 32-Bit-Version runtergeladen oder sowas Ich weiß nicht Ui... So, falls einer aus dem Mod-Team schon da ist, bitte mal melden Falls. Muss ja keiner da sein, aber es kann ja jemand da sein. Wie gesagt, ich kann auch den Chat nebenbei lesen, ich hab den Chat nebenbei offen. Alles gar kein Problem. Und ihr seht ja zur Not auch bei Twitch, was denn hier abläuft. Warum spiele ich die Woche eigentlich nicht mit Facecam? Oder heute nicht mit Facecam? Nein, heute ist mir zu warm. Und einen geschwitzten Tobi oder achschwitzten Tobi möchtet ihr euch natürlich sehen. Von daher gibt's diesmal keine Facecam. Ähm, Facecam wird's glaube ich auch erst wieder geben... Alter! Hau ab! Facecam wird's übrigens auch erst wieder geben, wenn ich ein Horror-Let's-Play anfange. Dann gibt's auch wieder Facecam. Also wird's in nächster Zeit auch keine mehr hier so geben. Ein Twitch. Nip. Nip. Es wird conspirations. Tobi. Whitual. Ach man ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zahra. So, ich denke mal, ich werde das hier mal noch ein bisschen zubauen. Ja, ich gehe auch gleich in die Tiefe. Macht euch darüber mal keine Sorgen. Danke, dass ihr heute nicht da seid. Danke, dass ihr heute nicht da seid. So, dann kommt das hier vorne, die Spitze auch noch so ein bisschen gerade machen. So, hier nehmen wir die zwei noch weg. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, leider bin ich heute nicht so gesprächig. Mir ist vom letzten Mal noch die Stimme ein bisschen abhandengekommen. Aber die alte Musik läuft, wenn sie mir noch freuen. Das ist doch wenigstens mal was. Aber es freut mich, dass du endlich mal eingeschaltet hast. Wie gesagt, mir geht es auch so weit gut. Wie gesagt, die Stimme macht das ja gerade ein bisschen nicht mit. Aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Äh, ja. Jetzt bin ich ja gerade beim Überlegen, wie ich das am dümmsten baue. Ich hoffe mal, dass die alte Musik nicht allzu laut ist. Wäre ja nicht so schön. Wenn die zu laut ist. Aber ich sehe langsam, es gibt nichts mehr. Moment. Ach, das war der Goldblock. Wo ist er? Da ist er. So. Weil es schön ist, ich kann es mir auf dem Ohr immer runterdrehen. Aber ich höre das dann immer nicht, ob es im Stream immer so laut und leise ist. Okay. Das freut mich, wenn die Musik nicht zu laut ist. Wie gesagt, das ist immer so ein Problem hier mit dem... Jetzt muss ich mich die Lampe wegmachen. Mit dem Stream, beziehungsweise... Ich kann mich ja auf dem... Headset leiser drehen, beziehungsweise... Joa, den Ton einfach ausmachen. Dann höre ich die Musik nicht mehr. Sie ist mich hier natürlich alles noch rauskriegen. Verdammt, ist das Gravel da. Wir haben da auch noch ein bisschen das andere spielen, denke ich mir mal. So. Ähm. So. So. Ich kann dir nachher mal zeigen, was wir letzte Woche so ein bisschen gebaut haben. Du warst die letzte Zeit nicht dabei, was ich eigentlich schade finde. Aber ist ja nicht allzu schlimm. Aber ich finde es, wenn es so gut ist, meine Mods, wenn sie noch ein bisschen Werbung machen. Das finde ich spitzer. Der Nico, der hat, beziehungsweise der Mr. Alt R99, der hat mich ja gehostet, nebenbei. Das heißt, mein Stream läuft ja auch bei ihm auf dem Kanal. Clever gemacht. Somit braucht er auch nicht streamen. Jetzt möchte ich bloß mal das Wasser noch rauskriegen aus dem Boot. Wie gesagt, wir sind heute nicht ganz so gesprägig. Also, ihr habt mal Tim-Vorschläge, da könnt ihr mir das einfach mal unten reinschreiben. Ich muss mir jetzt mal die Musik auf dem Ohr ein wenig leise drehen. Ist, glaube ich, der Falsche? Ist das der Falsche? Eigentlich nicht. Doch, das war der Falsche. Wie gesagt, ich höre mich natürlich hier im Headset und so weiter. Da höre ich alles doppelt. Wie gesagt, ihr könnt mir mal Tim-Vorschläge geben. Wenn ihr über was quatschen wollt, können wir das gerne mal machen. Egal über was. Und dann brauchen wir beim Europassche. Und dann noch. Ja, so geht's mir nämlich auch immer mit dem Verschlägen, ne? Wie gesagt, ich bin für alles eigentlich offen. Du irgendwelche Fragen kannst du mir auch stellen. Ich bin für alles offen, wie gesagt. Man kann mich eigentlich fast alles fragen. Abgesehen nach meiner Adresse. Ja, bin ich. Das heißt, meine Stimme hat ein bisschen gelitten in den letzten Tagen. Oh, ich hab's geschafft. Noch was du wissen möchtest, kannst du weiterhin fragen. Wie gesagt, ich bin für fast alle Fragen offen. Ach du. Ich finde das gar nicht mal schlimm. Ich finde eigentlich, die Schwarz haben einen ganz guten Akzent. Wie gesagt, meine Stimme hat halt in den letzten Tagen doch etwas mehr gelitten. Und da ich vorhin noch zwei Spiele aufgenommen habe, beziehungsweise vorhin noch noch schnell Let's Plays gemacht habe, zwei Stück, wovon ich die eine Aufnahme wieder wegschmeißen konnte. Leider traurig, aber es war zum Glück das erste Let's Play oder beziehungsweise die Erstfolge. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Schön war es gewesen, wenn schon 20 Folgen gelaufen wären und danach wäre die Folge gecrasht. Und da ist das noch relativ harmlos. Aber wie gesagt, ich hab damit... Wie gesagt, wir fragen immer her damit. Kannst du dir glaube ich auch... Ja, morgen kannst es dir auch bei YouTube nochmal angucken, das Video von Anfang an. Wie gesagt, bei mir ist eigentlich fast alles erlaubt. Die Mods sind eh nicht da, da ist eigentlich alles erlaubt. Plus halt irgendwelche Spams und sonstiges, die haben bei mir geblockt. Ich hab leider den Bot noch nicht aktiviert, beziehungsweise den Bot runtergeladen und aktiviert. Vielleicht auch mal noch machen müssen. Okay, bis gleich. So. Ach gucke, Avatar 16, hallo. Na, wie geht's? Ja, ich hab da noch nicht. Ich hab da noch nicht viel verpasst, außer dass ich hinten das gerade mal fertig gebaut habe. Das war hinten mal noch Wiese und Dings, war aber ein bisschen angeglichen. Ja, meine Stimme ist ein bisschen lädiert, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. So. Ich bin gerade aber noch bei mir liegen, wie ich das mit dem Schiff hier baue. Weil das Problem ist, ich kann keine Schiffe bauen, oder zumindest, ich kann die nur schlecht bauen. Das funktioniert bei mir immer irgendwie nicht. Sieht immer irgendwie ein bisschen kacke aus, aber wir versuchen es einfach mal. Ich muss, glaube ich, noch eins in die Höhe gehen hier. Das kann man ja machen, das ist ja nicht das Problem. Das geht ja wunderbar. Moment, ich gucke gleich in den Chat. Ich muss gleich... Na, ich hab vorhin ein bisschen im Stream aufgenommen. Stream aufgenommen, äh, im Let's Place aufgenommen. Zwei Folgen, einmal der Hunter, die Folge ist schon online, und, ähm, einmal vom Eurotrack-Simulator, wovon ich die Folge leider in die Tonne kloppen konnte. Leider Gottes, aber es macht ja nix. War die erste Folge vom... Von der Season 2 sozusagen. Ich hatte ja damals schon mal aufgenommen, Eurotrack-Simulator. Glaub vor einem Jahr. Ja, glaube vor einem Jahr ungefähr. Jetzt müsste ich nachgucken. Ähm, da damals bloß zwei Folgen, dann ist mir immer irgendwie das Spiel gecrashed, und dann hätte ich dann auch irgendwann auch gar keine Lust mehr. Aber mittlerweile geht's. So, jetzt brauche ich hier mehr irgendwie... Ich will ja hier unten noch... Was blöd ist, ich... Früher habe ich das so schön hingekriegt, aber es ist eine richtig große Fläche. Da konntest du auch solche Wohnungen hinpacken. Wir machen jetzt hinten einfach auch noch eine Lage, und dann passt das. Stimme ich jetzt einfach mal so. Huch! Ich höre ein Zombie. Wenn mal diese Touristen hier rumlaufen. Wie ist er denn? Huch! Ach, da hinten. Hallo, Creepy. So. Ja. Ich weiß auch nicht, obwohl eigentlich alle Abonnenten... Oder beziehungsweise alle, die mir folgen... Also die 8er müssten eigentlich alle eine Mail bekommen haben. Ich weiß nicht, warum das immer nicht klappt. Ich weiß es nicht. Gut, die Matz, die haben, glaube ich, keine Zeit heute. Zumindest... Ist ja nur ein kleiner Stream. Gibt ja Schlimmeres. Kann ich jetzt hier eigentlich... Joa, ist da eigentlich funktionieren. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt zu. Gerade. Ja. Wie gesagt, durch das meine Stimme etwas lädiert ist, bin ich auch ein bisschen ruhiger. Und bin ja sowieso immer ein bisschen ruhiger durch das Spiel. Weil ich das Spiel immer ein bisschen... Genau deswegen. Weil ich mich eigentlich im Spiel immer ein bisschen konzentriere. Ich habe jetzt schon einen Knoten in der Zunge. Verbaut. So, ich habe vorhin schon zu... Rexumix gesagt. Wenn er Fragen hat, kann er... Ja. Naja, gut, was heißt... Nico schreibt sicherlich seine Geschichte... Das kann natürlich sein. Seine Fanfiction. Das kann natürlich sein, dass er das gerade macht. Aber das macht nichts. Das, wie gesagt... Geschrieben habe ich es eigentlich auf Twitter... Schrägstrich Facebook. Dass ich streame. Mal gucken, wie alles noch kommt. Das eine Mal war es ja wunderschön. Habe ich ja 5 Stunden Livestream gemacht. Ja, das ist schön. Das ist wieder da. Wir sind auch nicht mehr zu zweit. Wir sind schon zu dritt. Macht ja auch Spaß. Ähm. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das dann am dümmsten... Ach, ich mache das komplett zu... Ja, das ist ein... Komplett zu. Ähm. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist gerade einmal verschrieben. Ähm. Ich denke mir, wir sind alle aus der Kronk-Community, oder? Aber Rexomix habe ich, glaube ich, schon mal bei Kronk gelesen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bitte korrigiere mich, wenn ich mich jetzt täusche. Aber irgendwo habe ich den Namen schon mal gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Gesehen bei mir im Chat. Ich war zwar gestern mal bei Kronk im Chat... Äh, mit dem Stream, beziehungsweise mal im Chat mit unterwegs. Ein bisschen wird gechattet, aber mit mir hat keiner geschrieben. Fand ich sehr toll. Na, sehr doch. Ich wusste doch. Irgendeine Gemeinsamkeit findet man doch immer. Ähm. Ich habe vorhin zu Rexomix gesagt, ähm... Wenn er Fragen hat, kann er mir gerne mal Fragen stellen. Hat er auch schon getan. Ähm. Ach. So. Unter den Tisch greifen und mal den Eistee vorholen. So. Ich trinke mal heimlich was. Einen Moment. Hm. Hm. Das ist richtig. Das ist richtig. Das wird ein Geheimnis bleiben. Weil die Frage er mir gestellt hat. Jetzt habe ich einmal auf den Chat geguckt. Wie immer. Tobi guckt einmal auf den Chat und schon fällt er ins Wasser. Das spielt bei einer Karriere. Die ist auch im Wasser. Ähm. Ähm. So. Jetzt mache ich den. Jetzt habe ich mich hier. ääm. Ähm. Nям-Nям-Näm-Näm-Näm-Näm-Näm-Näm. Quatsch, oh Tobi, was baust du denn hier? Bis dahin ist okay. Bis dahin. Ich glaube, das habe ich auch so gemacht. Naja. Lass mich rein, du wirst auch nicht verraten, ne, deinen richtigen Namen. Alle Welt kennt meinen Namen. Jetzt habe ich nicht mit Gezähl, verdammt. Huch. Das wird gepasst, so sozusagen. Nicht doch. Hier die Tür. Was soll das jetzt? So, am zweiten gemacht. Zack, 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 zack. Huch, ist er mir hier verbaut. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich kann halt keine richtigen Schiffe bauen. Also ich habe das früher mal versucht. Ich habe auch gesehen gehabt, ich werde demnächst mal versuchen, meine alte, selbst gebaute Welt, mal zu importieren auf die neue Minecraft-Version. Mal gucken, ob es funktioniert. Die war nämlich auch ganz gut gelungen. Oh, das ist so, ich glaube, ja, ne? Aber ich finde, hier habe ich trotzdem, ich habe trotzdem eine Fehler drin. Irgendwie. Ich sehe ihn schon. so, das Problem ist bloß, die haben da hinten noch diese großen Fenster drin. Waren die verboten aus? Wie gesagt, ich baue normalerweise keine Schiffe, aber ich habe schon mal eins gebaut. Klingt ein bisschen blöd, aber das ist mir eigentlich relativ, für meine Verhältnisse her, gut gelungen. Jetzt wird euch bestimmt ein bisschen schlecht. Moment. Drei. Drei. Aber so habe ich das so ein bisschen... Okay. 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 Ich glaube, das ist hinten ein Piratenschiff, hinten spitz. Die gehen eigentlich hinten gerade runter. Das ist ja nett. So, wir machen das mal bis zum Boden runter. So, dann sieht es aus wie eine Spitze. Äh. Ich glaube, eine kleine Kante haben die drinnen, ne? Ihr wisst schon, dass man das alles nachher im Stream sieht, ne? Wieso, dass man das alles im Stream sieht? Weiß ich doch. Ich kann doch kein Böse sein, das wisst ihr doch ganz genau. So. Machen wir die komischen Kerkertüren hier rein, die so komisch aussehen. So. Gucken, ob ich das jetzt mit der Leiter hier hinkriege. Ähm. Was habe ich denn hier gebaut jetzt? Ich finde irgendwie... Oh. Naja, okay. Warum sind jetzt... Was ich überhaupt nicht verstehe. Warum Spawned of Alls... Naja, okay. Ich frage am besten gar nicht. So. Wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier mit... Die waren doch hier. Wo sind sie denn? Hallo? Ähm. Eisenfeld. Ach, da ist die... Oh, Tobi. So. Zack. Geht hier wieder nicht. Das ist natürlich doof. Ich hasse sowas, wenn sowas passiert. Aber da habe ich eine Idee. Moment, ich gucke gleich in den Chat ein. Moment. Ich bin sofort da. Äh. Nee, das glaube ich nicht. Das habe ich nicht hier genommen. Tropenholz. Ach, Tobi. Eichenholz brauchst du doch. Ich habe das damals besser hingekriegt. Wenn ich jetzt von hier aus runtergehe. Lass mal mal. Passt. Wie abgemessen. Ist doch schön. Jetzt habe ich natürlich... Jetzt habe ich natürlich die Treppe weggepackt. Kies brauche ich nicht. Was ist denn hier los? Sonnenstrahlt rein. Ich warte wo gleich mal... Oh, Entschuldige. Ich wollte nicht auf den Kopf fallen. Aber irgendwie ist es ein bisschen Hunger draus hier. Okay. 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 Du müsstest mal bitte etwas zur Seite gehen. Dankeschön. Oh, äh. Tag. Äh. Nein. Geh weg. Okay. Für eine Bumpenstimmung hier. Ach. So, 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 so. Nasen. Hehehe. Weißt du, ob wie alt ich bin? Hehehe. Ja, ich leuchte es ein bisschen mehr aus. Ich werde aber hier Fackeln hinsetzen oder sowas. Weil, das gab es halt da noch gar nichts. So, Moment. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Das kann so bleiben. Hm. Hier setzen wir nochmal da. Hier sieht es sonst ein bisschen komisch aus. Natürlich schön, ne? Fackeln unter dem Boot. Ah. Hehehe. Okay. Dann ist es okay, wenn du sowas biest. Gucken, ob es funktioniert. Das geht, möchte ich jetzt nicht. Ja, mal so. Oh. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Entschuldige. Du saßt aber gerade im Hof. Sitzt der da im Weg rum, du? Gibt es ja wohl nicht. So. Dann haben wir jetzt hier ne Fackeln. Hier ne Fackeln. Hier ne Fackeln. Hier ne Fackeln. So. So. Ach, verdammt. Ich dachte, bei dir klappt es auch. Okay, hier gehe ich jetzt hoch. So. Ich denke mal, es müsste reichen an B-Leuchtung. Zumindest hier unten. Äh, jetzt regnet es doch noch. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ich glaube, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Verdammt, das ist zu hoch. Ich muss das ja eigentlich... Ähm... Tja. Es ist aber gut, dass du Beschreibungen liest. Manche machen sie nicht. Und fragen mich dann trotzdem noch einmal nach. Ähm. Huch. Juhu, ich kann mal hoch. Jetzt brauche ich das Ganze da drüben nochmal. Aber das war auch direkt an der Tür. Ich glaube, das war das uns immer bei den Piratenschiffen eins daneben. Das war doch hier so. Oder sieht besser aus. Ist ja nicht so schlimm. Es sei denn, die Treppen machen nicht mit. So, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Also, ich bin immer noch... ... Das war's für heute. Oh! So. Wer ist denn da eigentlich gegangen? Avatar 16, bist du noch da? Rex und Mix, bist du noch da? Oh! Ach guck, hier ist ein Fehler. Wo ist das? Irgendwo ist da noch ein Fehler drin. In der Matrix. So. Das ist auch doof. Das Schiff ist nicht synchron. Ist nicht gut. Doch ist es. Ich hab hier bloß ein Fehler drin. Hä? Quatsch. Kann ich das doch so machen. Ich sehe zwei Zuschauer, aber ich weiß nicht wer noch da ist. Ich hab hier auch nicht schlecht. Okay. 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 Halt, die hab ich hier eingesetzt. Die Schiff sind zu groß hier. Okay. 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 Warte, in knapp 2 Stunden nehme ich jetzt auf, beziehungsweise im Livestream. Hm, scheint, als wäre keiner mehr da. Hm. Achso, du tockst nebenbei noch. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist keiner mehr da, jetzt kann ich ausmachen. Verdammt. Nein. Ähm. Upsa. Wie gesagt, falls du auch noch Fragen hast, auch unwichtige Fragen können gerne gestellt werden. So, ich würde sagen... Ich bin doch wieder dran, auch egal. So. Ähm. Der Plan ist ja halt jeden Samstag ein Stream zu machen. Von daher passt es ja. Ansonsten habe ich ja kein Konzept weiter. Es ist ja wirklich... Alles andere, was ich hier, ähm... Was ich hier anfasse, beziehungsweise was ich hier mache, ist ja wirklich... Freischnauzen oder so. Das sieht, glaub ich, besser aus. Ich mach das so. So. Und... Von daher ist es ja nicht ganz so schlimm. Geh ich mal von aus. Dieser Regen nervt. So... So besser. so ungefähr hin haut hin ungefähr die Mitte eigentlich müsste ich nur noch ein zählen so so das hoffe ich wie gesagt ich bin eigentlich kein Schiffsbauer geschweige denn dass ich überhaupt mit Schiffen umgehen kann jetzt brauche ich aber weiße Boulder das Bett brauche ich nicht mehr so 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 Das sieht ein bisschen komisch aus. Was? Na okay, wenn du nicht mehr kannst, ist ja kein Problem. Oder wenn du keine Zeit machst. Dann, ähm, mach's gut. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Kannst du gleich merken. Nächste Woche Samstag ab 18 Uhr. Immer Samstags 18 Uhr beginnt der Stream. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. So. Dann bauen wir mal das Schiff hier ein bisschen weiter. Wie gesagt, wenn noch irgendwas gemacht werden. Das hab ich nie gemacht, nicht verbaut. Das sieht doch irgendwie komisch aus. Aha. Okay. Danke für den Tipp. Also. Kurz, Mitte, hoch, hoch. Okay, also muss ich die anderen alles... Als Masthöhe. Ach so. Ja gut, dann mach mal den Mast noch ein bisschen kürzer. Also kein Problem. Ist alles noch im Bau. Guck. Nur gut, dass es Minecraft ist. Huh. Wie gesagt, ich bin auch kein... Unbedingt... Ich würde sagen... Kürzen wir den auf die Höhe. Dann ist er kurz. Aber wie gesagt, wir haben bloß zwei Säge, ne? Reicht das so? Dann mach ich das hinten dann noch ein bisschen größer. Ich denke, was muss reichen, oder? So. Eins, zwei. Sehr gerne so. Ja, dann sieht das wieder ein bisschen besser aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Huch. Ne. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So. 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 Handle, halb Stunden, stream. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, ich würde sagen, das ist Schiff Nummer 1. Ich finde, das hier geht jetzt ein bisschen zu groß geraten. Ich mache das einfach mal zwei kürzer, dann sieht das vielleicht nicht mehr ganz so wuchtig aus. Das geht schon. So. So, ich würde sagen, das Schiff Nummer 1 ist fertig. Das Schiff Nummer 1 kann ich auch sagen. Das Schiff Nummer 1 kann ich auch sagen, das Schiff Nummer 1 kann ich auch sagen. Ich würde sagen, ich würde auch hier noch ein Fenster, oder? Ich würde sagen, das Schiff Nummer 1 kann ich auch sagen. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt das Piratenschiff gebaut. Das erste Schiff Nummer 1 kann ich auch sagen. Das erste Schiff hat den Einzug gehalten. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir dann weiter drüben im Dorf. Dann machen wir die Stadt weiter. Jetzt gucke ich aber erst einmal noch hier, habe ich zwei freigelassen, dass wir das jetzt hier noch ein bisschen fertig kriegen. So. Hier hinten passiert ja eh nichts mehr. Hier werde ich, hier vorne werde ich das, glaube ich, noch ein bisschen abändern. Ich werde mich hier noch ein bisschen gerade ziehen. Und werde dann wahrscheinlich hier nochmal ein Piratenschiff hinstellen, oder irgendein anderes Schiff. Mal gucken. Das hat weiße Segel. Das andere hat vielleicht dann andere Segel. Mal gucken. Aber wir können hier eigentlich... Moment. Beschließe ich jetzt einfach mal. Das ist nicht ganz so komisch aussieht. Jetzt machen wir hier ganz einfach so ein paar grüne und blaue Brenner rein. Zack, 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 zack. So. Jetzt regnet das hier auch noch. Ja. So. Wieder zwei freien, würde ich sagen. Hui. Gewitter. So. Wirklich, das ist ein schönes Wetter. Jetzt machen wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Und da würde ich sagen... Genau, kriege ich jetzt hier noch so. Okay. Zwei wegnehmen. Ne, kriege ich nur einen Einraustreifen noch hin. Dann würde ich sagen, machen wir einen Rot. Rote Wolle haben auch noch. Das ist gut. Dann machen wir hier noch einen Streifen Rot rein. Das fühlt man sich noch gar nicht fertig sieht gerade. So, dann sieht das nämlich nicht mehr ganz so komisch aus. Was ganz nochmal machen wir jetzt hier? Jetzt ist der hier vorne auf dem Ding. Ich glaube, der ist hackt. Runde mit dir! So, jetzt müssen wir mal gucken. Wer hat mit Grün angefangen? Es wird wohl hier nichts. Dann haben wir das wahrscheinlich anders machen müssen. Moment. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hmm. Jungs, das sehen wir um 1, ich habe einen Federtreller, Moment, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7, hier habe ich 7 auf der Seite, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier habe ich 6 auf der Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich will hoch hin. So, Moment, dann machen wir das so, so. Wir müssen hier 2 lassen, dann wird es gehen. Ich würde hier sagen, hoch. Das lassen, zack, 2, zack, 2. Lassen wir es so, dann passt das auch wieder, genau. Lassen wir halt hier das Boot wechseln, egal. So, da ist es wieder grün. So, grün, 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 grün. Ja, das war der falsche Tobi. So, nochmal blau. So. Genau. Ich habe trotzdem hier einen Fehler drin. Dass ich den Fehler jetzt ausmärzt mache, mache ich einfach da drüben 1 weiter. Ja, sonst kriege ich hier ja einen zu viel. So, dann passt das. Das sieht man, ne? Hier ist der Fehler. Moment, wenn ich... Oh, nee, habe ich ja einen 2, 2. So. Mal lassen das jetzt so sitzen. Ist irgendwo ein Fehler drin. Ich bin vielleicht jetzt wieder raus suchen. So, dann würde ich sagen, ich leere mein Inventar. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ich fliege dabei zurück zum Dorf. Und hier drüben werden wir dann noch ein bisschen bauen, dass wir auch hier noch so ein paar Häuser hinsetzen. Und dann könnt ihr mit der nächste Woche entscheiden, was wir denn hier für Häuser hinsetzen. Eigentlich möchte ich ja den guten Rexu-Mix noch zeigen, was wir denn noch so gewollt haben, ne? Nein. Gut, an dieser Stelle machen wir mal Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann... Moment. Ich muss wirklich hier drüben noch schnell kurz in den Talk-Bereich rein. Ich hoffe, der Chat funktioniert. Jawoll, er liegt ein Chat. Hallöle. Ach, gucke. Thunderhead1999. Willkommen. Jetzt hast du natürlich gerade verpasst, wie ich Minecraft gespielt habe. So, auch eigentlich mal die Frage, wie geht es dir denn heute? Ja, ich gucke es dir. So, ich gucke es dir. Aber da du jetzt da bist, ich kann dir ja noch ganz schnell zeigen, was wir denn so gebaut haben. Warte kurz kurz, ich muss Minecraft wieder ganz kurz starten. Weil sonst müsstest du nämlich dir den Stream hinterher angucken. Damit geht es auch soweit ganz gut, meine Stimme ist ein bisschen lädiert, aber jetzt mittlerweile geht es schon wieder ein bisschen. Ich hatte vorhin schon mal zwei Folgen aufgenommen, einmal für Der Hunter, die letzte Folge, auch so benannt, und dann nochmal den Eurotrack-Simulator, den musste ich aber allerdings, oder die Folge noch mal neu machen, sonst gehen wir da draußen die Kinder auf den Sack. Naja, macht nix. Dürfen wir jetzt hier im Stream nicht. Nein, ich mag hier Kinder. So. Wir hatten heute sogar einen Neuzukömmling, das war Rexomix, der war kurzzeitig mal da, übrigens hier, siehst du schon, ich habe mir hinten weiter gebaut, ne? Jetzt reicht das schon wieder. Achso, ich habe hier gehört. Einen schönen Tag drinnen. So, ähm... Du, 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 du... Ja, das hat gemeust, ich habe es gesehen. Ähm... Dit haben wir jetzt gebaut, in der ganzen Zeit. Also wir haben jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden... ja, eine Stunde, 40 Minuten haben wir jetzt schon gestreamt, in der Zeit habe ich das ja platt gemacht, bzw. gerade gemacht, gerade gezogen. Ähm, und hab das Schiff gebaut. Wird gut aus, oder? So, war jetzt gerade mal überlegen, ob ich den Stream nicht schon langsam mal beende, weil jetzt keiner mehr da war, aber da kommst du. Hier unser kleiner Bewohner, der hier wohnt, ne? Also du siehst, hier ist schon ein bisschen was passiert. Und, ja. Wollte ich mal gucken. Das ist mein Mikro? Ja, das Mikro habe ich wieder angemacht. Da habe ich mich gerade heimlich etwas getrunken. So. Ich will jetzt mal überlegen, beim nächsten Mal, was wir hier hinbauen. Ich muss auch mal die Kirche, glaube ich, neu machen. Ich müsste eigentlich die Kirche mal weiter machen, weil die Kirche sieht einfach aus wie so ein Haus. Ich habe eine Idee. Ähm. Guck mal, ob ich es hinkriege. Quatsch. Dahin, dahin. Ach. Ich mache die Kirche. Okay. 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 Achso, du hast nur... Warte, ganz kurz. Ja, warte. Ich hab's. Moment. Ich hab vergessen, um zu switchen. Ich zeig's dir gleich nochmal. Moment. Ich fliege nochmal ganz kurz zurück. Stimmt. Ich hatte den Dings... Ich hatte umgeswitcht. Moment. Ja, jetzt hast du das Bild. Guck. Das haben wir gebaut in der Zeit. So, hier haben wir gebaut. Und das war ja alles Wiese und Sand. Entschuldige bitte, mein Fehler. Ähm, das haben wir gebaut. Fertig gebaut, besser gesagt. Und dann haben wir hier das Piratenschiff gebaut. Ich wollte ja noch... Jetzt guck ich mal, ob der Kollege unten noch da ist. Nö, der ist despawned. Okay. Wir haben aber gerade noch ein Skelett. Ja, ich sollte öfters mal auf den zweiten Monitor gucken. Wenn man schon zwei Monitore hat, soll man nochmal drauf gucken. So. Äh, ja. Da kann man hochgehen. Hier kann man reingehen. Hier ist aber noch nichts drin. Und hier ist einfach bloß ein Segel. So, dann fliegen wir mal wieder zurück. Ich war jetzt gerade dabei, die Kirche gerade ein bisschen umzuggestalten. Weil die war ja nur... ...wie so ein Haus. Einfach so flach abge... ...abgehackt. Wenn ich mir jetzt gedacht, das machst du jetzt auch mal einlorscht. So, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Oh. Normalerweise müsste ich das anders machen. Ähm. Das ist gemein. Ich krieg das mit den... ...mit den Dächern immer so nicht hin. Gemeinheit. Äh. Das heißt, die gehen ja immer nur bloß bis da hin. Ja, das sieht mir ein bisschen aus wie ein Kircher. Aber ich muss hier hochgehen. Ich bin damit irgendwie noch nicht ganz so zufrieden. Weil das sieht nicht wirklich aus wie so eine... ...ja, Kirche. Ich spiele es ohnisch. Krieg ich das irgendwie nicht hin. Also ich bin kein... ...kein Kirchenbauer. Ich bin auch kein Bootsbauer. Ich habe mir vorhin festgestellt. Oder mir vorhin festgestellt im Stream. Nein. Verbaut. Da hin. So. Ich habe eine Idee. Wenn ich das so mache... ...sieht aber irgendwie komisch aus. Das hinten würde ich schon so lassen. Aber das sieht irgendwie komisch aus. Genau. Das bleibt hier zuerst einmal. Oh. Äh. Das sieht nicht aus wie ein... Doch. Okay. Sieht mir jetzt ein bisschen aus wie eine Kirche. So. Bin immer noch beim überlegen, was ich hier noch so hinbaue. Weil... Ich habe ja noch so viel mega Platz. Wäre eigentlich mal interessant, was man hinbauen könnte. Weil nach da habe ich Platz. Wie gesagt, es soll ja alles mal... ... eine schöne große Stadt werden. Von da aus müssen noch Gleise gelegt werden. Dann muss ich da hinten noch die komische Burg hinbauen. Boah. Das will ich alleine glaube ich nicht machen. Ja, ich bin mal überlegen... Wie... Ja, das blöde ist. Ich müsste die ganze Kirche abreißen. Weil... Ich muss mal gucken, dass ich mal den... ... die andere Map mal hier drauf gezogen kriege. Und dann zeige ich euch mal... ...wie ich das früher gemacht habe. Jetzt machen wir die Kirche komplett neu. So, und zwar ab hier. So. So. So, die Frage, wie baue ich den? Dann besser nicht. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich schon abgerissen. Zu spät. Das Problem ist halt... Moment mal, ich habe doch hier auch schon... Ich habe eine Idee. Ich reiße jetzt bis hier erst einmal ab. Ne? So. Somit habe ich die Kirche hier hinten erst einmal Ufen. Äh... Wie machen wir das jetzt am besten mit dem Türmchen? Ich würde hier gerne noch ein... Ich würde sagen, eins, zwei in die Breite gehen. Das heißt, eine Seite nochmal abreißen. Eine Seite nur. Das ein bisschen anpassen. Und dann passt das auch wieder hier. Oder links und rechts wegmachen. Und dann überall noch eins breiter machen. Dann kannst du den Turm auch ein bisschen höher machen. Das ist eigentlich die Idee. So werden wir das machen. Ich muss das komplette Dach hier wegreißen. Aber das macht ja nichts. Hier sind ja nicht pingeliger als der Papst. Also von daher... Reißen wir nochmal alles ein. Jetzt fängt das wieder an zu regnen. Oh. Wieder an zu regnen. Weil du siehst, das ist eine Heidenarbeit. Irgendwas richtig anzupassen. Okay. Ja, ein einfaches Haus ist doch schon mal was. Das ist ja auch ein einfaches Haus. Da. Das ist ja eigentlich wie ein einfaches Haus. Das Problem ist bloß halt, das wieder so hinzubekommen, dass es ordentlich aussieht. Sonst kann ich dir die eine mit stehen lassen. Ich muss mal das hier noch wegmachen. Ja. Der Zornkotis. Ähm. Für alle Fälle, wie gesagt, ich hatte mal versucht, die alte Welt von mir mal rüber zu ziehen, die ich mal gebaut habe. Da sieht die Kirche auch ein bisschen besser aus. Also, wie gesagt, wir gucken. Aber wenn du jetzt sagst, du hast, ähm, abgesehen mal von einem normalen Haus nichts weiter gebaut, mach dir wirklich nichts Wochen. Das ist ja nicht schlimm. Da gibt es Schlimmeres. So, jetzt mache ich hier, wie gesagt, eins weiter. Gehe ich bis hier her. Zack, zack. Vielleicht will ich hier alles auch machen. Wie gesagt, wenn man dann nämlich immer eins weiter geht, ist das gar kein Problem. Dann kann man nämlich den immer ein bisschen höher bauen. Ich fange auch hier hinten dann direkt an zu bauen, also den größer zu bauen. Halt, den machen wir anders. Lass uns mal hier hin. Ich habe hier gerade einen Abschluss. So, würde ich sagen, das machen wir doch weg. Ich würde hier gelassen können. Genau. Ach so. Das macht nichts. Wie gesagt, ja, ich glaube, ich habe die App mal gespielt, aber die waren nicht unbedingt so das Beste. Ich bin zwar nicht so der Konsolenspiel, beziehungsweise das Konsolenspiel, aber der Freund von Minecraft auf Konsole, aber das geht auch gerade noch so. Warte, dann hat es auch schon auf. So, jetzt habe ich die Kirche einmal hier umgebaut. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Turm an. Drei. So. Ja, Tobi, nicht verbaut. Ich brauche mal so eine, so eine Stinkme. Hier machen wir noch eins drauf. Boah. Dieser Regen. So, jetzt haben wir das so. So, was soll ich sagen? Drei. Eins, zwei, drei. Das ist jetzt nochmal für mich so als kleine Stütze. Ach so, das zählt ja schon das Ding da. Verdammt. Ich muss eins zurück dahin. Das zählt ja schon als Stütze für mich. Ähm. Dann kann ich sagen, ich kann den Turm hier nochmal ein Stückchen höher machen. Sieht schon höher aus, ne? Ui, da war ein Blitz. Hm, brennt das da hinten? Ne, sah nur so aus. Ah, war der Verbot hier. So. Zack. So. Jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich das hin? Dass der Turm so groß bleibt. Ich würde sagen, so lasse ich den. Die Höhe ist schon mal ideal. Jetzt gehen wir einfach mal hier so, jetzt gehen wir einfach mal von dem Kreuz aus. So ein Stein höher. Hö, Tobi, toll. Ähm. Das ist immer noch so. Aber wir sind jetzt hinten etwas runter. Sieht schon mal aus wie ne Kirche. So. Eventuell mache ich das so, dass das dann hier so wie so ein Rundgang wird. Mal gucken, wie ich das baue. Alter Fe... Alter Finne. Das Gewitter. Das Gewitter. Hoch. So. Ne, jetzt muss... So, so. Problem ist, der Turm sieht ja nicht aus wie ein Turm. Weil wir dann rund. Zumindest. Was mache ich denn? Machen wir das jetzt erstmal hier so weiter. Gucken wir mal, wie es auf der einen Seite aussieht. Wenn es auf der einen Seite bescheiden aussieht, dann, ähm... Ja, geht. Ne? Ich finde, das geht schon. So, wir sagen, jetzt setzen wir schon mal die Ziegel an. Okay. Wir sagen, das geht schon mal. So. Dan, das geht schon mal. So. Huch, jetzt muss ich das mal hier nochmal. Jetzt habe ich natürlich hier bei dem kleinen Fehler drin, aber das macht nichts. Ich hänge. Warum hängen? Achso. Ich komme immer noch nicht raus. Warum? Na, jetzt. Ich höre schon wieder, ich höre schon wieder Zombies. Das ist ja mal ein Huhn. So. Wenn wir das hier rumziehen können, dann sieht es ein bisschen komisch aus, ne? Weil dann geht das Dach immer weiter rüber. Das sieht mal wie komisch aus durch das Dach hier oben. So. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, wenn ich das so mache. Klar, es geht so spitz zu, aber irgendwie sieht das trotzdem doof aus. Ich werde mal hier die Ecken wieder wegmachen. So, dann sehen wir uns wieder ein bisschen ordentlich aus. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade mit der Maus hingeblieben. Wie gesagt, wir können auch noch ein bisschen was anderes spielen zur Not, aber eigentlich wollte ich ja den Stream dann auch irgendwann mal wenden. Ähm, ich würde sagen, machen wir das so. Und so. Tja, ich würde sagen, jetzt gucke ich hier unten und mache ein bisschen nichts los. Ich glaube, hier unten ist jetzt... Ja, genau. Wie viel hier? Nicht wundere ich da hinten jetzt ein bisschen was weggemacht habe. Ich gehe mal hier nochmal in die Ecke. Das wird haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Ich würde sagen, diesmal mache ich das auch so. Wenn ich das jetzt hier vorne gemacht habe. Ah, passt doch. Passt genau. Das ist doch schön. So, jetzt kann ich aber mal jetzt hier drüben gehen. Genau so. Und da passt, passt hier auch. Malerweise. So, dann haben wir hier gelbes Glas. Dann habe ich hier noch ein orangenes Glas. Dann habe ich hier noch ein blaues Glas. Jetzt bräuchte ich noch eine Glasfarbe. Gelb von da raus. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt muss ich mal gucken. Blau, 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 blau. Blau. Ach, hier war ein rot dabei, sehe ich gerade. Oh, die zwei. So. Jetzt könnte ich hier eigentlich die Kronleuchte runterhängen lassen. Könnte mal probieren. Jetzt nehme ich aber das erst mal alles weg, was ich jetzt hier drin habe. So, ich nehme das. Muss man close to? Ja, close to. Passt ja eigentlich nicht. Brauche ich fackeln. Schön ist, ich hoffe man wird es nicht im Stream, dass hier gerade ein Handy-Signal stört. Wäre nämlich nicht so geil. Aber ich gehe davon aus, dass man hört es nur. Wie gesagt, wir können nochmal anders kriegen. Ob ich den Streamen nun jetzt beende oder später, das ist das erste Mal. So. Irrelevant. Äh, guten Tag. Kannst du nicht entscheiden, wo du sitzen willst oder was? Mann, 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 Mann. Gehen wir zu. So. Dann ist okay. Leider bei mir auf den Kopfhörern. Deswegen habe ich mich gefragt. Hätte ja sein können. So. Jetzt können wir ja nochmal hier rübergucken, zur Not. Das war das gleiche, was hinten. Oh, Stimme lassen. Stimme lassen nach. Ähm, was da hinten hinging. Ich hätte mir auch noch ein Gleis. Hm. Das machen wir später. Ich würde sagen, ähm, ich werde auch ein Gleis bauen, was direkt zum, zum Dings hoch geht und später. Okay. Ich würde hier ja hinten... Guck mal, man könnte das ja doch hier oben so hin. Die Schneeregion rein. Die Frage ist, wie kommt man dann von hier aus nach da drüben? Naja. Werde ich mir aber nächstes Mal Gedanken machen. So, ich würde jetzt sagen, jetzt mache ich auch langsam wirklich Schluss. A, wird so drinnen, war da warm und B, sind wir jetzt schon bei zwei Stunden. Ich würde eigentlich keinen fünf Stunden Livestream wieder machen, wie beim letzten Mal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier von auf den Balkon. Balkon. So. Mit der schönen Aussicht. So. Ach, sieht das herrlich aus. Ist das jetzt funktioniert? Nee, wie war das? Huch. Wollte ich gar nicht. Ah, so warte, Livestream. Äh, so warte. So. Mal ganz kurz hier wieder was groß ist. Geht wieder nicht. Ich das hasse, wenn der nicht einmal was umstellt hier, dann springt der hier rum. Wie blöd. So. Drücke F1 und dann drücke F2. Ich glaube, ich möchte ja das hier haben. Yay. So, wie gesagt, ich würde sagen, wir hören da noch langsam auf. Ich muss mal kurz hier wieder... Drücken. So. So, dann können wir ja noch ein bisschen quatschen. Zack, ich werde zurück zum Torque. Monitor. Jetzt dir, schau erst mal aus der Monitor da, genau. So. Na, wie man das so schön sieht. Hintergrund? Wir ändern mal auf den Hintergrund, oder? Nee, auf die Diashow. Diashow sieht besser aus. Ähm. Genau, ich würde sagen, wir bänden dann langsam mal den Stream. Genau, bis bald. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, ähm, Samstag, wieder um 18 Uhr. Nicht vergessen. Ja. Zur Not, ähm, Twitter und Facebook in Auge behalten. Also, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Kannst du laut? Ja. Tschau. Bis zum nächsten Mal.